Aber vielleicht genau das was du willst. Ich sehe es mir an. Wenn es gut aussieht, bringen wir weiter. Schön schön, jetzt haben wir auch einen Minenarbeiter. Sehr gut. Ja, das braucht er immer erst einmal hier, ne? Gleich. So, hier ist eine Druckerei auf der anderen Seite. Die schauen wir uns mal an, was wir da machen können. So, schauen wir doch mal, was wir jetzt in der Druckerei machen können. Ach, einfach nur bestechen und dann sind wir wieder inkognito. Okay. Aber auch nicht allzu teuer, sag ich mal. Glaube ich. Hier gibt es keine Aussichtspunkte, fällt mir gerade auf. Uncool. Uncool. Nächste Befreiungsmission. Komme ich hier durch? Scheiße. Muss ich hier noch einmal rüber? Naja. Wie lange ist denn der eine jetzt überhaupt hier verletzt? Hau ab. Komm ran, wenn du die eine fangst. Du kriegst die nicht. Lass ihn in Ruhe. Jawoll. Nice. Gleich beide hier. Alter, wie geil war das denn? Wie geil war das denn? Nice, ey. Das ist ja mal richtig geil, dass die auch für sowas gesorgt haben. Schön. Das lief doch gut. Was geht ab? Okay, aber weiter in Richtung Ziel. Och, und schon sind wir wieder hier Bekanntheitsgrad 2, oder was? Ach komm, da müssen sie sich jetzt wieder hier einmischen, oder was? So. Nice, zählt ja immer noch. Cool. So, was haben... Warnung, anonym. Zack, zack. Alter, ich liebe diese Konter, ne? Ey, das war nicht sehr nett. Komm her. So. Nicht getroffen. Ey. Oder haben die mich getroffen? Ich glaube nicht, ne? Ah, scheiß Pissnelken, ey. Alter, das werden auch wieder nicht weniger hier irgendwie, ne? Zack. Und der letzte hier, und... Ah. Alter, wie das Original einfach nicht weniger werden hier, ne? Uuuuh. Böse. Aber nice. Alter, und immer noch welche hier. Warte mal hier, den kann ich bestechen. Ey. Dieser Wichser hier. Ey. Ey. Jeder, der altkommt. Okay. Alter, und schon wieder einer. Ich muss jetzt hier erstmal abhauen, ey. Sonst geht das ja ewig so weiter wieder. Ich senke da hinten jetzt mal meinen Bekanntheitsgrad. Nö, eigentlich ist mir das scheißegal. Ich könnte mich auch einfach können. Warum habe ich jetzt so Frame-Einbrüche? Oh, klasse, ey. So, zettel mal hier einen Tumult an. Ah. Alter Schwede, wie viele Kills habe ich hier bitte schon gemacht, ey. Ehrlich mal, ich könnte das wirklich so fast den ganzen Tag machen hier. Beheilung, du fällst zurück, du bist alleine, Junge, oder? Nein, runter mit dir da. Ach komm schon, wollt ihr wirklich alle sterben? Seid ihr so geil da drauf? Ist mir egal, dass die beiden verletzt sind, ich komme auch ohne klar. Die Bobo sind alle so fertig. Nicht nett. Nicht nett. Alter, immer noch mehr. Und noch einer, jawohl, und noch zwei. Und dann kommt schon der nächste an. Meine F... Ja, und noch einer. Alter Schwede, ey. Ich komme ja nicht mal dazu, die alle leer zu plündern. Zieh dir mal die Leichenberge hier rein. Ich habe bald hier alle Soldaten von ganz Boston aus gelöscht. Wie viele haben die denn noch? Das waren bestimmt jetzt schon wieder fast 100. Und da hinten kommen schon wieder welche. Und da sind auch schon wieder welche. Ja, ja, ist ja gut. Ach, komm schon. Oh, ey, das... Ja, komm. Fick dich weg, du Spasti. Meine Fresse nochmal. Ist jetzt mal bald hier Schluss? Ey. Das gibt es nicht. Wie viele hier angekackt kommen. Ich habe da jetzt keinen Nerv mehr drauf. Sonst ist gleich meine Festplatte voll nur mit Kämpfen. So, dass hier drei, vier Folgen kämpfen. Wäre du, ja. Alter, wie viele Kugeln haben die denn bitte? Dass die Dauerfeuer hier machen können. Ja. Papiss dich. Und du auch. Ach man, wie das so ein Pisser hier. Runter mit dir. Alter, der hat aber einen Abflug gemacht. Ach so, ja. Der schafft den Sprung so darüber, oder was? Wollt mich doch verarschen. Alter. Erstmal jetzt hier den Schreier bestechen, was? Joa, da sind noch mehr, oder was? Alter Schwede, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das hätten sie echt hier besser machen können. Das ist ja schon nervig, richtig. So. Jawohl, wieder hier ein Double Kill. Und beide auf den Haufen zusammengekackt hier. So, mal hier ein bisschen für Ablenkung sorgen. Alter, wieso die ganze Stadt quasi hinter mir her ist hier? Nee, runter da. Du musst anonym sein, kommt gleich. War so klar? Warnung, anonym werden. Warnung, anonym werden. Alter. Könnt ihr jetzt mal alle sterben einfach? Mir den Gefallen tun, bitte. Weißt du, da will man die dann mal... So, jetzt aber schnell hier. Alter, das darf nicht wahr sein. Weißt du, weißt du, jede Sekunde, egal was ich mache. Andauernd kommt hier einer angefickt, ey. Und meint hier einen auf dicke Hose zu machen. Dass die alle so geil da drauf sind zu sterben. Das gibt es ja bald nicht mehr. Ich zettelte meinen Tumult hier an. So. Alter Schwede, ey. Meine Fresse, endlich Ruhe. So. Klunker, alter, tritt nicht. Zahl schon. Sonst hau ab. Komm ran, wenn du die eine... Du trinkst die nicht. Lass ihn in Ruhe. Oh, ich bin da drüben. Ja, komm, gib mir eine Kopfnuss. Das ist scheißegal. Jetzt bist du dran. Ja, was die alle hier... Ja, komm. Ja, komm, ey. Hey, weißt du, der hat schon 30 Klingen abbekommen, aber das steht immer noch. So. Alter Schwede. Ja, bitte, bitte. So. Jetzt bin ich unbekannt. Boah. Na, damit habe ich jetzt die letzte halbe Stunde hier quasi verbracht. Meine Fresse nochmal. Meine Fresse nochmal. Leichentürmen sich hier überall schon, aber die haben immer noch mehr Soldaten, ne? Das war ja schon abartig, was die da hatten. Ach, wie rücksichtslos. Hau ab. Komm ran, wenn du die eine fangst. Du kriegst die nicht. Lass ihn in Ruhe. Schüttel. Lass ihn in Ruhe. Komm. Komm. Alter, jetzt haut der da ab. Fuck. Den krieg ich jetzt wahrscheinlich...